Für mich ist das Fútbol eine Passione. Mit dem Ballon in den Fuß, mit einem Spiel zu spielen, bin ich 100%. Ich habe nie ans Aufgeben gedacht. Ich will der Beste sein. Und ich dachte mir, wow, das ist gut, aber das ist nicht gut. Ich will immer mehr und mehr.